Hier sind 2 Stück, jaa, leck mich Ja, bei uns in der Böse sind auch 2 Stück 2 Ich glaube wir sollten das Gebiet immer weiträumig umzäunen und ausleuchten Zäunen? Ja Man fang zu bauen schon einfach AAH! ZWA-AHAHAHA DÜP 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 Das ist gestorben Ja gut, ähm Wenn so 2 auf einen rumhacken, ne? Juhu Dem, dem, dem Puh, weil ich auf dem Spiele keinen Platz mehr Weil ich alles mögliche einsammele Spanke dich mit deinem eigenen Gehirn Oh, ich hab nur schwarze Hose bekommen Hi Zombie, hi Zombie Stirb Zombie, stirb Ich mach mal ihm ne Schere und hol mir mal Wolle von hinten Jetzt würd ich mal Bären bestimmt mitbringen Kannst du mitkommen? Ich hab doch noch was in der Kiste Ich hab doch noch was in der Kiste Äh, hier hab ich noch ein Speer drin, ne? Und ein Bogen hab ich auch noch da drin Bogen? Ein Bogen Von einem Schlettuch Einmal Komm Komm, 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 zweites Mal Und Und, dankeschön Man kann Cotton mit, ähm, Baumhäls abfarmen Ja, ich hatte, hier, ich hab auch noch zwei Knochen bei mir, ne? Ja, cool Ich auch Nice Wer soll mal mit ihm gehen? Wo bist'n du? Hier Ich weiß nicht, ob wir das noch brauchen Doch, komm mit Ja, können wir jetzt Okay, dann guck ich, ob ich noch ein paar Skelette unterwegs bin Du, 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 du Oh, ne Aura-Node Ouch Ganz weit weg Ist die ganz weit weg, dann lass uns da ne Hungry-Node rausmachen Mh Ehh 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 Aua Au, ich nenn das Ding einfach nur Aura Passt schon Eyo Und? Chill, Jung Oh Das wollte ich nicht Ähh Pass auf Kleiner Mini-Zombie Kleiner Engel-Zombie, oder? So Du bist mal ein Kleiner Engel-Zombie Ich hab schon mal einen Waypoint dahin gemacht Kann man den Hat nicht aussitzen, doch Lol, guck dir mal den Zombie-Cop an Der hätt bei mir auch diese Blitze jetzt an der Seiche Ehh Fast 1000 Meter entfernt Oh cool, wir wären da schon cool Komm mit Oh, ich muss eben dann Hallo Kuiper Also wenn du da weiter gerade ausläufst, sind die Schafe Schon wieder ne Schilucht Na gut Wir sind auch noch ein paar Büsche davon Mallowberries Oh noch mehr Büsche Büsche, Büsche, Büsche Büsche, Büsche Büsche, Büsche, Büsche Büsche, Büsche, Büsche Moment, geh mal eben zu den Schafen Bille, 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 Bille Bille, 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 Bille Oh Bille, Bille Bille, Bille, Bille Bille, Bille, Bille Warte mal, was hab ich im TS? Ihr könnt mich ja normal verstehen, ne? Ich hab nen Ping, passt auf. Guckt euch mal meinen Ping im TS an. Ne, kann das. Ach so. Und ihr könnt mich normal verstehen, ne? Ja, ich hab schon mal 2000er Ping oder so. Ja, aber du lagst dann ja. Ja, cool. Ja, ja. Und bei mir lagst es nicht. Wie mach ich? Ja, wir haben gleich Betten. Okay. Ich hab jetzt schon 8 Wolle. Wir brauchen ja... Ja, ich brauch noch ein bisschen Wolle dabei. 9, also wir haben jetzt schon mal 3 Betten. Nimm ich den Sand hier mit. Einen Bean Hive. Äh, also 1, 2 Schafe würd ich noch spanken gerne. Können wir auch einfach mitnehmen, oder? Ja, aber erstmal. Ach, die können auch hier bleiben erstmal. Ich hab auch 2 Wolle. Ja, cool. Für uns Betten. Äh, ich hab 14 Wolle. Ich hab 1 Wolle. Okay, wir haben jetzt 19 Wolle. Wir haben ja noch Schafe gefunden. Das ist noch ein Schaf. Ich mag mein Ping. Oh, jetzt kommt er auf jeden Fall wieder. Und gleich geht er wieder BABAM. Wieder auf 200. Hm. Ja, ja, das geht gleich wieder. Das legt sich gleich wieder. Das ist Nacht immer. Immer sag ich dir. Immer, jung. Immer. 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 So, ich geh zurück und mach schon mal betten, ne? Mach schon mal betten. Mach schon mal betten. Autsch. 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 Ich hab mal nicht schon gelöscht. Ich hab mal nicht schon gelöscht. Vielleicht sponiert. Über die Karte. Kannst du oben auf die Flagge drücken und da kommst du dann da rauf. Und wie kommt man auf die Karte? Wir move, wir move, wir move. Bei mir ist es auf M. Bei mir ist es J. What? Jetzt ja, bei mir ist es auf M. Warum wird der Zombie größer? Ne, bei mir ist es... Furious Zombie. Ach so, das ist wie wenn du das eingreifst, dass das größer wird, ne? Noll. Wo ist denn hier ein Spawner, hallo? Willst du mich verarschen? Nö. Oh, oh, oh. Ihr habt doch mal gemischt. So, ich hab mir jetzt einfach mal Verbeeren geschnutt und mach mir jetzt erstmal... Wo ist der, dieser komische Mixer? Nee. Welcher Mixer? Wegen den Bären. Wegen den Bären. Eie. Warte, ich bin aber gleich zu Hause. Den Wixer. Komisch. Warum die hier gespawnt sind. Ja. Normalerweise müsste man den ja, wenn man ein M.E. hat, den ja durchgehend laufen lassen eigentlich. Ja. Übern Crafter. Ja. Über das neue Crafting System da. Oder ist das wie ein Totem? Können die Totems auch so sein, dass die einfach Spawn die Monster? Kenn ich nicht. Äh, wo soll ich den hin tun? Hier oben rein? Ah, schuss, klar. Oh, erstmal. Sterb! OP wäre, wenn man die Flaschen behalten würde, ne? Ja. Weißt du, das ist richtig OP? Wir hätten den Alchemie-Mod reinpacken müssen. Da hätten wir jetzt schon fast, hätten wir tausendfach, äh... Äh... Iwin. Ich kill diese Zombies, ne? Ich krieg... Ich hab jetzt schon 40 Horten Flash. Und ich hab grad noch 3 Stücke killt. Ich hab irgendwo die Wolle hingetan. Von der Wolle da. Komm, spawn noch mehr! Spawn noch mehr! Äh, vielleicht kann ich den Gravel aus deiner Kiste haben? Ja, ja, nimm ruhig. Also, ein bisschen Leder haben wir schon mal dafür. Wiii! Spawn, hallo! Oh, ich hab jetzt 5 Betten gemacht. Egal. Boah, ich muss ne Plette. Hau ab, tschüss. Äh, gleich Leften, okay. Ja, sicher Cyber, ne? Äh, Betten. Wo machen wir die denn hin? Hm. Ich tu die mal alle hier hin. Am besten ist ein paar... Erhöhte Ebene, oder nicht? Naja, obwohl, wenn man gleich schlafen geht rechtzeitig. Ja. Ein Bett tu ich hier noch rein. Das ist jetzt übrig geblieben. Ich brauch noch ein bisschen Holz sammeln. Ja, mach ich immer schon nebenbei. Und kühle schlachten. Ja, gut. Du kannst ja alles schlachten. Ja, genug Essen mitbringen dann durch, ne? Und genug Leder. Dann können wir uns große Backpacks machen. Was das so war alles? Besonders, weil wir genug geplatzt haben. Sonnen! So, dann... ... ... ... ... ... Na, das ist wieder ne Schlucht, wie oder was? Ja. War schon die vierte Schlucht, die ich gefunden hab. Ob soll, du nimmst alles raus. Was wichtig ist. Erz... Nein, nein, mach ich den nicht. ist aber nicht gut ja aber das momentan mir noch nicht so sicher ist weil ich weiß jetzt schon ich würde verrecken dann kommt doch erstmal zurück und nicht die aber pennen bringt mir auch nichts wenn mein grabstand dann hier liegt irgendwo ja schon mal zurückkommen wieso dann ist auf jeden fall schon mal sicher ich will beeren bisher eigentlich schon wieder hier sind das ist vor enorm und eine schliem insel haben wir eigentlich dieses komische gebiet dieses verseuchte gebiet auch hier ja ich habe mich mal nicht schon umgeguckt gehabt